Die Abschlussarbeit. Hier geht es darum, dass zwei Schüler die Abschlussarbeit schreiben. Der eine druckt die Bilder aus dem Internet und der andere versucht es selber zu machen. Heute machen wir die Abschlussarbeit. Hier druckt der schlechter Schüler die Bilder aus dem Internet anstatt sie selber zu machen. Und das ist nicht gut. Diese Schülerin macht es selber anstatt die Bilder auszudrucken und das ist gut. Bis zum nächsten Mal.